moin leute was geht herzlich willkommen bei shabby tv dem live tv sender ihres vertrauens herzlich willkommen nagelneue news zu sm square leute ja ich habe es euch versprochen bei dem ersten video sobald neuigkeiten kommen release datum blog post neue waffen maps infos werde ich euch darüber berichten und für die noch nicht wissen was sm square ist während der kluge john rage mit der frisur wie tarzan sein video ich glaube der cod killer genannt hat bei bettet was glaube ich und in den trends war glückwunsch die verdient aber zum frisur musst du trotzdem habe ich mir gedacht der wirkliche cod killer ist sm square eigentlich und da möchte ich euch gerne direkt etwas zeigen was euch mit sicherheit interessieren könnte pass mal auf sm square ihr seht das hier hat einen nagelneuen ersten richtigen blog post gemacht und hier sprechen sie darüber was die letzten wochen und monate in der entwicklung von diesem eigentlich cod mod passiert ist und dazu komme ich am ende des videos auch noch zu der info warum wir aktuell davon ausgehen können dass sm square tatsächlich demnächst released das leute ist das von mir am meisten erwartete game update mod wie ihr das nennen wollt weil es absolut absolut krass ist was die jungs und mädels hier mit kleinen ressourcen eigentlich aktuell machen und wenn ihr euch das hier anguckt welche waffen bereits jetzt bestätigt sind die ak 47 aus black ops die au die ball 27 die kommando die famas die galile die honey badger aus ghost leute das ist mein lieblings cod die m41 aus mw2 die medox dann noch ein paar die nicht gezeigt werden die arx aus ghost die fall die g3 die msbs aus ghost die typ 95 aus mw2 die swat aus black ops 2 bei den submachine guns die ak 74 u aus bo3 die kuda die mp5 die msmc die faro die saug die vektor die vmp die emily die dingo die m27 die stoner das sind nur ein paar die dracon die svu die d25s die barrett 50 kaliber die dragoon die intervention die lynch die astek aggressor die springfield absolut krass leute bei den handguns magnum die gilt die 570 m 1911 die m1 die rw1 die usb 45 aus mw remastert bei maschinenpistolen die prokolo die rk5 die fmg bei den shotguns die brechie bulldog kam schatka model spatz stack out die tech 12 sogar china legt der granatwerfer die panzer faust der m320 dann ballistikmesser schon bestätigt der baseball schlägers bayonet die machete in hammer unglaublich viele sachen es gibt kein call of duty auf dieser welt was so unglaublich viele fan favorite waffen hat all diese sachen werden von sm square und sind von sm square auf basis dieser 32 bit engine von modern warfare 2 hergestellt und jetzt guckt euch hier an was im blog post von denen ist und zwischendurch blende ich euch aus den aktuellen discord server von denen auch ein was es da so zu sehen gibt es gibt hier eine erklärung warum diese mw2 engine die heißt der iw4 das ist eine 32 bit engine oder applikation weil damals war 32 bit auf dem pc normal heute eigentlich 64 warum ist so schwierig für die war jetzt über viele wochen aufsätze und waffen so hinzukriegen wie wir das kennen und ich versuche euch das hier relativ einfach zu erklären im grunde ist es gar nicht so kompliziert früher ist diese 32 bit applikation genommen worden die hat aber eben auch nur 4 megabyte ram speicher gehabt 4 gigabyte ram speicher in diesem 4 gigabyte ram speicher musste man in das game alle waffen einzeln einfügen das heißt ak mit schalldämpfer war eine einfügung das ist ganz simpel leute ein ak mit griff war eine zweite mit griff und schalldämpfer eine dritte mit griff schalldämpfer visier eine vierte nur mit visier fünf ihr könnt euch vorstellen das dauert dann ewig bis man die waffen durch hat mw damals oder mw2 hatte ich weiß gar nicht wie viele waffen 40 45 waffen das war damals mit den waffen die man hatte und diesen ganzen möglichkeiten super super einfach weil in diese 32 bit applikation genug reingepasst hat bei den bei sm square ist es aber so dass wir nicht von 40 bis 45 waffen im game sprechen sondern von 150 bis 200 verschiedene waffen sie haben aus jedem call of duty die beliebtesten waffen rausgeholt ich meine wie geil klingt denn das leute es klingt als wenn ein traum in erfüllung geht und da haben sie erklärt dass sie das ganze weil das eben zu viel ist das ist dann der ak mit schalldämpfer ak 74 um mit schalldämpfer mit visier das wären alles einzelne einträge gewesen mit denen man nicht arbeiten kann was haben die also gemacht die haben das deinet entwickelt das deinet ist im prinzip nichts anderes als ein von denen entwickeltes system was dynamic attachments bedeutet das heißt nicht wie vorher wird jede waffe mit jeder aufsatz variante als ein eintrag genommen sondern jede waffe ist erstmal ein grund eintrag und dann kommt eben ein aufsatz der ein einzelner eintrag ist der zusammen fusioniert wird das klingt vielleicht ein bisschen chaotisch ich selber bin auch kein entwickler aber ich habe es mir 18 mal durchgelesen ich glaube das ist die beste erklärung die ich dafür geben kann das haben die jetzt über monate über monate so gemacht so dass sie jetzt an dem punkt sind dass sie sagen wir leute haben es geschafft die aufsätze waffen in unser eigenes deinet system so rein zu bringen dass sie funktionieren dann gibt es hier noch ein paar beispiele dazu dann seht ihr es hier zum beispiel es gibt auch ein fov slider für den pc der unabhängig von der waffe ist und hier ein zwei lieblings bilder die honey badger mit dem acog visier diese honey badger leute sieht absolut absolut krass aus hier haben wir noch die galile mit dem reflexzeit also auch im hintergrund hier in der ak 74 all diese sachen sind bereits mit allen stats mit allem was dazu kommt da drin genauso wie es mittlerweile über 40 bestätigte maps gibt maps die wir kennen aus allen cods die besten maps rausgesucht strike zone rust nuketown raid es mit sicherheit kein piccadilly circus all diese sachen werden unter dem deckmantel sm square hergestellt und sind ohne sbmm sind ohne irgendwelche monetarisierungsmöglichkeiten und sind und das allerwichtigste 100 prozent for free vom ersten tag bis zum letzten tag die entwickler um sm square sind seit mehreren monaten jahren an der entwicklung dieses games dabei und solltet ihr euch für diese blog post und die waffen liste und all diese sachen wirklich interessieren unten in der video beschreibung habe ich im prinzip alle wichtigen sachen also deren discord channel deren homepage und 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 verlinkt bitte seht auf deren discord channel von solchen fragen ab wie wann released es sie geben kein genaues datum sie haben aber einen kleinen hinweis gegeben sag ich mal seht von fragen ab wie das geht doch rechtlich gar nicht die leute haben dieses rechtliche problem längst gelöst und es wird wie folgt sein ihr könnt und wir können nur auf dem pc es wird nur auf dem pc erscheinen mit den anforderungen die damals mw2 hatte jeder mensch der ein handy hat schafft mit einem handy die anforderungen von mw2 also wird euer pc auch schaffen glaubt jeder der diesen mod nachher spielen möchte muss das ist deren rechtliche absicherung dass sie mit activision keine probleme bekommen das originale mw2 über steam über eleber hier zum beispiel kaufen sprich in dem fall relativ easy es wäre 16,98 da kommt gleich die gebühr dazu nehmen wir mal paypal einfach sind 1,38 gebühr dazu nehmt ihr gerne mein code leute denn ihr wisst meine zieretten zahlen sie auch nicht von alleine doch die am besten selbst ihr spart nochmal 51 cent sind 17,58 dafür hört ihr dann das kerngame was ihr braucht damit ihr die mod später umsonst runterladen könnt das ist deren variante um 100 prozent sicher zu sein dass sie rechtlich auf der besten seite sind wenn ihr mich fragt leute 17,58 für ein all time favorite call of duty ja aber 100 prozent aber 1000 prozent so etwas wie spenden oder sonstiges ich habe schon überlegt und wollte ihnen schon geld spenden nehmen die nicht an die interessieren sich nicht für spenden das sind sieben unabhängige entwickler die haben den finanziellen background ich habe mittlerweile mitbekommen die haben auch finanzielle sponsoren unterstützer die das genauso gerne sehen wollen wie wir und jetzt kommt das interessante am fünften oktober haben sie und das könnt ihr bei denen unter announcement auf discord channel sehen haben sie gesagt während wir hier gerade dabei sind leute mw2 ist aktuell im angebot das könnte doch für euch die beste gelegenheit sein euch vielleicht schon mal mw2 für pc zu kaufen damit ihr rechtzeitig eine kopie habt bevor wir unser game diesmal releasen und dass sie das tatsächlich so aggressiv schreiben bedeutet für mich dass sie nicht mehr so weit weg sind davon dieses game zu releasen ich hatte die möglichkeit über discord mit simon zu sprechen simon ist einer von den sieben entwicklern und im prinzip so was wie der head chief dort simon hat mir gesagt er wird nach wie vor kein genaues datum nennen geht aber davon aus dass wir das allererste mal im januar 22 leute das sind nicht mal drei monate das allererste mal einen playtest für spieler haben und seine antwort auf meine frage für wen wird der playtest sein seine antwort naja nicht wie bei activision auf englisch die sprechen englisch die leute nicht wie bei activision nur für zwei aus deutschland drei aus den usa sondern wer möchte kann playtesten das heißt eine offene alpha erwarte ich nach diesen aussagen zum januar hin und ich kann euch eins sagen leute wenn wir auf der suche nach einem wirklichen cod killer sind dann ist es dieses game nicht vanguard nicht bette viel obwohl bette viel beta unglaublich gut war und unglaublich viel spaß gemacht hat das hier ist zu 100 prozent der cod killer wenn die das umgesetzt bekommen und wir ast rein mp2 feelings bekommen ohne sbmm mit controller support für die leute die jetzt auch wie ich mit controller spielen wollen bombe und ganz ehrlich viele von euch haben so fragen wie ja was ist denn mit anti-cheat oder so ich weiß nichts über deren anti-cheat ich weiß nur eins schlechter als das von activision kann es gar nicht sein denn activision hat einfach keins mir kann niemand erzählen dass activision seit zwei jahren ein anti-cheat system hat wenn die letzten zwei jahren über 800.000 cheater gewandt worden sind wovon 800.000 cheater wieder zurückgekommen sind weil activision bis heute nicht verstanden hat dass man sich in einem free to play game einfach nur eine neue e-mail adresse machen kann und dann gab es jetzt diese diese gerüchte dass es jetzt nur noch mit handynummern geht wisst ihr was es kostet sich eine einmalige handynummer online zu kaufen ich habe mal geguckt vor diesem video heute 69 cent weltklasse activision also leute ich freue mich sehr darauf ich hoffe ich hoffe dass dieses projekt wirklich nachher so ist wie uns das alle vorstellen es wird ein geiles projekt ich ich weiß gar nicht wie man den entwicklern dafür danken soll es im prinzip das was wir alle als gaming community wollen checkt die leute aus unbedingt das sind richtig coole typen ihr könnt jeden der entwickler auf deren discord channel zu fast jeder zeit des tages fragen und ihr seht immer was die gerade machen steht immer mw2 etwas die sind also durchgängig jeden tag an diesem projekt am arbeiten hoffe euch haben die infos gefallen wenn was neues kommt ehrenwort von shabby versprochen kriegt ihr neues lasst gern like nach oben da leute lasst gern abo da küsschen